Heute gehen wir ins Piemont. Sehr gut. Und zwar schauen wir einmal etwas an. Ein Feuer zwischendurch. Dessert? Dessert oder ein Gässchen auf dem Terrasschen. Ah, warum nicht? Mit ein bisschen Gebäck. Ein bisschen Kiechchen. Schön warm ist. Sehr gut. Und zwar gehen wir ins Piemont. Mit einem Albino Rocca haben wir hier ein Moscato d'Asti. Jahrgang 2019. Das ist ein Wein, das reinsortig ist. 100% Moscato aus Alba. Oder aus der Gegend von Alba. Er selber ist ja in Barbaresco. Das ist bekannt auch für sein Barbaresco. Aber da haben wir jetzt die Alba Rebsorte. Die Rebsorte Moscato. Dort bei Alba. Wenig Alkohol. Ja. Das ist eben auch schön. Der hat wirklich nur 5% Alkoholvolumen. Das ist eigentlich sehr wenig. Also wenn jemand auch etwas sucht, das noch Wein ist. Mit wenig Alkohol, das man zwischendurch geniessen kann, vielleicht auch mal ein Glas mehr nehmen. Weil es fährt ja nicht ein. Spürt ihn dann auch nicht so schnell. Ja. 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 Weil es wäre ja blöd, wenn du schon jassen hast und dann spürst du nicht mehr, oder weisst du nicht mehr, was für eine Karte du schon geworfen hast. Was? Und auf einmal, wie viel du trinkst. Ja genau. Aber eben, da kann man jetzt ein Glas mehr nehmen und es ist noch nicht so schlimm. Moscato. Kalkhaltigen Boden. Ähm. Sehr kehl zum trinken. Ja. Sehr kehl zum trinken. Sehr kehl zum trinken. Willst du sie schon mal einschenken? Mache ich doch. Ja. Ähm. Genau. Kehl zum trinken. In der Note eher fruchtig. Mhm. Eine feine Perlage, so wie man sieht, schon beim Einschenken. Sehr schön. Genau. Schöne, helle Farbe. Aber auch eine feine Perlage, die dann noch dazugeben wird. Mhm. Mit einem Kohlen-Säure-Zusatz. Aber das ist... Sehr schön auch in der Nase. Oder? Ja. Eine feine Perlage macht sie auch sehr angenehm auf der Zunge, wenn du trinkst. Ja. Es ist überhaupt nicht klebrig. Man erinnert es auch ein bisschen an exotische Früchte auch. Ja. Lütschi. Aber ja. Man darf aber auch nicht... Man darf sich nicht vorstellen, süss, süss. Das ist sehr fein. Angenehm. Genau. Es ist eine feine Süssi, es ist keine klebrige Süssi. Sehr schön. Es ist etwas für zwischendurch, was wirklich sehr, sehr toll ist, oder? Schön. Und Freude macht, wenn jemand gerne auch diese Süssi hat und dann ein Weisswein. Ja. Aber schön, weil getrunken ist, auch sehr gut. Kann man sich sehr gut vorstellen, oder? Sehr gut. Sehr gut. Zum Wohl. Zum Wohl. INSTITELUNG